Sieg gegen Florenz, Schalke in guter Form Wiesemeister Schalke 04 hat sich zwei Wochen vor dem Saisonstart in der Fußball-Bundesliga in guter Form präsentiert. Der Champions-League-Teilnehmer besiegte den italienischen Erstligisten AC Florenz in der heimischen Arena mit 3 zu 0, 0 zu 0. Weston McKennie, 69. Neuzugang Steven Skrypski, 75. und Cedric Teuchert, 84. erzielten die Treffer für die Mannschaft von Trainer Domenico Tedesco. Die Königsblauen gastieren am ersten Spieltag am 25. August beim VfL Wolfsburg.